Mit zahlreichen Angeboten bringt die AOK das Thema Gesundheit in Kindergärten, Schulen und Vereine, um möglichst frühzeitig und umfassend den Spaß an einem gesunden Leben zu wecken. Im Düsseldorfer Erlebnisraum U-Boot macht die AOK Rheinland-Hamburg die Bestandteile der Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 spielerisch erlebbar. Das Angebot richtet sich an drei bis sechsjährige Kinder. Der AOK Rheinland-Hamburg liegt die Gesundheit der Kinder sehr am Herzen. Wir haben vor vielen Jahren festgestellt, dass die Vorsorgeuntersuchungen, gerade die U8 und U9, immer weniger in Anspruch genommen werden. Deshalb war es für uns ganz wichtig, diese wieder stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Und somit wurde das Projekt mit dem U-Boot auf Gesundheitskurs erfunden. Ein wichtiger Bestandteil ist, dass die Kinder hier spielerisch die Vorsorgeuntersuchungen erleben und beim Kinderarzt weniger Angst haben, zum Beispiel einen Hörtest zu machen oder einen Sehtest, weil sie das bei uns schon spielerisch erfahren haben. Das U-Boot selber ist ein Erlebnisraum, der gesundheitsorientiert ist. Alle Stationen, die im U-Boot sind, sind Elemente aus den U-Untersuchungen U8 und U9. Wichtig ist uns dabei zu sagen, dass es keine Untersuchung ersetzt, wenn die Kinder hier sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Kinder müssen trotzdem den Kinderarzt besuchen. Diese Stationen, die wir haben, sprechen einzelne Bereiche der Kinder an. Wir haben die Motorik, die angesprochen wird, durch den Balancierbalken, durch die Stege, die wir haben. Wir haben einen Hörtest, wir haben das Flüsterkabinett, da werden wir haben die Sinneserfahrungen in weiteren Bereichen. Wir haben eine Tastmemorie, wir haben eine Schatzkiste der Düfte, wo die Kinder nochmal ihre Nase erproben können. Am besten gefällt den Kindern der Tunnel. Es ist so, dass da ganz, ganz viele Sachen zu entdecken sind. Wir haben unser Seeungeheuer dort und der Boden ist ausgelegt mit verschiedenen Materialien, wo die Kinder viele Tasterfahrungen haben. Doch auch in puncto Ernährung ist das AOK-U-Boot auf dem richtigen Kurs. Spielerisch vermittelt Ute Paulat den kleinen Matrosen, wie viel Spaß gesundes Essen machen kann. Auch die Erzieherinnen und Erzieher werden mit einbezogen. Diplom-Sozialpädagogin Annette de Chiara Die Erzieher haben hier die Möglichkeit, in einer ganz anderen Situation die Kinder zu beobachten und können dadurch vielleicht Defizite sehen, die sonst vielleicht in der gewohnten Umgebung im Kindergarten nicht aufgefallen wären. Und somit sind sie Multiplikatoren für uns, dass sie das, was ihnen aufgefallen ist, an die Eltern weitergeben können. Das AOK-U-Boot. Jetzt anmelden und abtauchen. Das AOK-U-Boot. Jetzt anmelden und abtunnen und abtunnen und abtunnen.